Riechen, bin gespannt. Du hast schon gerochen. Es riecht bis hier. Entschuldigung. Das ist richtig unfair. Können wir einen neuen Geruch haben? Nelke. Das raucht kurz am Uso. Ja, im ersten Moment. Lakritz? Also Fenchel? Keine Ahnung. Ich kenne den Geruch, aber was ist das? Fenchel, Anis. Lebkuchen? Ich bin nicht so gut am Riechen. Hören bin ich aber auch richtig schlecht. Ja, ich sage zehnmal. Wie bitte? Ich glaube, das wird dann im Alter schlimmer. Ja, das stimmt. Spekulatius. Oh Mann. Nein. Oh, aber Kekse auf jeden Fall. Mandelkekse. Kekse? Kennt man das, Bernd? Ja. Wie? Ähm, nicht Lebkuchen. Kokosmakon. Oh. 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 Ist das Spekulatius? Zimt? Zimt. Oh. Ich hatte ja gar nichts beim Riechen. Was? Ich rieche jetzt schon was. Wo ist denn das? Oh, Zitronen. Ähm, ach, bitte. Zitrone? Zitrone? Nee. Wie, nee. Orange? Ja! Ja! Endlich! Ah. Das ist jetzt aber Zitrone. Ich rieche irgendeine Sachen davor. Soll ich die anfassen auch? Ähm. Was? Marzipan. Ich hatte Marzipan. Ich liebe Marzipan. Ich kann nicht so ecklich. Ich kann nicht so ecklich.